sagst du immer das tut sie aber auch ähm ich finde hier irgendwas einen schönen Bürgsfluss sehen wie hier ja der ist ganz schön es wäre toll wenn hier irgendwas so schnell wieder runter nein wir laufen mal den Weg vielleicht fehlt mir doch irgendein Schild ich verlaufe du bist aber runter, ich drück verglichen dich du bist aber vor... drück... ich drück für dich weh ok du bist aber vorhin rech... du hast vorhin aber nicht weh gedrückt und sind wir runter geflogen kannst du mir den Gefallen tun, das bitte lassen nein so ähm wir sehen hier einen sehr schönen Fluss und ein evil chicken so stopp und jetzt können wir die wunderschöne Baugunst hier von dem her allen bewundern hier ist ein wunderschöner Brunnen man sieht hier das wurde alles von Hand eingepflanzt wurde alles von Hand gebaut wow und das ist ein kleiner netter Tempel den ich mir... oh ein Slime was ist ein Slime ein hässliches kleines Viech das jetzt sterben muss oh ganz viele Slimes ähm ich geh mal schnell in dieses komische Teil hinten das sind ganz viele von den komischen Teilen Slime ach hier ist ein Weg und den Weg hab ich nicht gelesen das Haus ist echt schön gebaut das ist eher ein Haus davon geh ich jetzt mal nicht aus das ist eher so ein... ein Tempel ja einfach eine Untersetzung aber wir wundern auf jeden Fall also erstmal vielen... ja auf die großen Slimes kommen kleine Slimes ich würd mal sagen erstmal vielen Dank an das tolle ähm Middle-Earth-Adventure-Team ja die das ganze hier gebaut hat ihr seid echt cool und ihr rockt da oben geht's zur Stadt ich glaub wir müssen auch zur Stadt deswegen laufen wir jetzt mal einfach mal zur Stadt wir rennen hier hoch was ich auch ganz toll finde das ist alles selber gebaut ist auch die... da haben aber einige Leute dran gesessen Steinwerke ich brauch ja auch solche Sachen auf anderen Schrauber auf anderen ja aber nicht so bekannt ich empfehlen allen Asgard-Craft Geister-Server ever der rockt richtig geil ja nochmal wiederholen Asgard-Craft ich mache Werbung für Asgard-Craft ich weiß nicht ob das jetzt der... naja Asgard-Craft 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 so ist glaub ich auch die IP Asgard-Craft Punkt aber weißt nicht aber weißt nicht die haben den Anbieter gewechselt ähm schauen wir mal hier sehen wir ein Haus hier sehen wir einen Baum uh ein Eingang und ein Baum jetzt mal was gucken da ist sogar an der Server Administrator ist so grade ist gerade eben auch da wir wollen mal schon auf den Token gehen vielleicht sehen wir hier was schönes obwohl vielleicht stand da unten am Eingang was mhm nein ich hab nichts mehr drin ich hab schon wieder vergessen wo wir überhaupt hin müssen ähm müssen wir hin ich weiß schon so hm hm wenn ich logisch bin hm ach ach welcher Eingang ist es denn überhaupt ist es jetzt der Westeingang oder der Nordeingang so ein kleines Schild würde ich echt toll finden mhm mhm dann wäre es aber zu leicht ne wir brauchen die Karte also da ist die Karte ja wir sind in 3 wir sind in 3 wir sind in 3 also also nein aber da ist nur ein Punkt hier ist ne also ich glaube wir sind schon hier wir sind hier richtig Westgate ich glaub oder ne 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 da ist doch die Höhle da kam er her aus der Höhle kam er raus also sind wir hier richtig hier ist das Northgate und warum sollen wir eigentlich hin das hab ich nicht vergessen wir sollten ursprünglich Note 3 hast du denn Note 3 ich muss ein Map of oh Angler sollen auf jeden Fall da einmal um die Stadt rumlatschen oh gut wir suchen einfach nach weiteren ähm anderen Sprachen genau und ja das ist eine sehr schöne der ist glaube ich in die andere falsche Richtung gelaufen oder? egal wir sind auch irgendwann am Ziel verfielten wir ein paar tolle Sachen warte schon wieder nein es war nicht mehr annähernd die Map nicht mehr annähernd annähernd House of the tree House of the tree steht nicht dran doch da steht oben immer das gibt's doch schon das sind aber Zahlen siehst du irgendwo House of the tree 5 doch er hat recht er hat recht ich habe recht da 5 ich hab doch gesagt wir sind am Westeingang aber wo ist die Höhle Westeingang wo ist ein House of the tree wo wollen wir hin wir gehen zum wir gehen zum genau zum Palace müssen wir gehen jetzt weiß ich es also immer schön geradeaus jetzt weiß ich nicht mehr wo war der Weg Hilfe nein da war der Weg was? hier ist der Weg dieser der Weg glaube ich nur Trax zum Palast zum Palace Palast 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 da ist der Palace der Palace der Palace ist da oh der ist wirklich schön gebaut da ist ein Baum ein Baum Entschuldigung das ein Brunnen ein Brunnen das ist in der Brunnen das ist in der Brunnen das versteckt als ob jetzt ja nein leuchtende Steine sind versteckt guck mal ich hab einen Stein gefunden cool guck mal guck mal guck mal was da ist guck mal das ist ein Rechteck ui nein ein Quadrat ein Quadrat ein Würfel ich hab einen Ball gefunden ein Runden hier ist irgendwo einen Runden Körper guck mal ich hab was Rundes gefunden ne doch nicht also Read Note 4 oh wie soll das nicht Read Note 4 doch das Brot ist rund oh eine Runde vor ihm stimmt Rede Note 4 da steht irgendwas drin also ja 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 genau hier steht was ähm heat up the stairs to a third floor and you will find a room ready for you I had to swear to return to your room also wo ist das Teil ich würd mal sagen im Palast im dritten Stockwerk genau hier ist auch ne Treppe das muss wohl richtig sein ah ja und wie das ist nicht richtig aber ja wieder meinen wir schuld ne also hier 10 Mal Stockwerk eins eins oh cool ist das Bild es war ein Bild nein ich hab's kaputt gemacht Entschuldigung das sieht schön aus das sieht schön aus nein es sieht doof aus Gardinen sind richtig Gardinen klar es ist eine Gardine schon ja aber da war ein anderes Bild egal pscht pscht also ich würd mal sagen das ist der zweite da ist ein Monster da es gefällt mir nicht was ich höre da ist eine Tür vielleicht sind wir hier richtig ist das unser Raum aua 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 nein wir müssen in den ist das der dritte Raum nein nein aber das hä dritte Stockwerk hieß es doch und dann ne falsch vielleicht auf der anderen Seite ein bisschen mit zweiten Stockwerk also ich guck trotzdem mal ob wir irgendwas interessantes finden ob wir auch irgendwas finden nein wir fanden Checkpoint 1 also was sag ich also wir haben doch echt wir haben ein Schwert gefunden Eisenschwert Eisenschwert wir haben so viel Eisenschwerte wo wünscht sich das Steinschwert ich bin naja du noob ich noob du noob also wir haben schon mal gefunden ein leichtenes Schalt Checkpoint 1 ich will auch schlafen das geht nicht also wir machen Set machen einfach Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 1 so passt das ist Checkpoint 1 ich hoffe mal oh hier ist noch mehr oh noch 2 Drohnen ja da ist ein riesenbild wo auch wo an der Wand da oh ich glaube ich bin nur ein Novo das ist was Secret Chef Nummer 7 ich glaube wir haben einige übersehen ja wenn das schon Nummer 7 ist oh mir im Fackeln cool nettes Fiturre Feature Fiturre gebratendes Fleisch kann man sagen Diamanten und so brauchen wir jetzt nicht Lederstiefen du hast immer noch Hunger Lederstiefen ja so ein bisschen Hunger kann ich haben ja ich habe aber auch Hunger ja oh ja oh ja da wo du es gerade sagt das Überleg ich gerade können wir noch hören danke nicht stand da irgendwas vor das wir eine Note reden sollen doch wir können noch hören auf der anderen Seite wait mal short wait mal short wait mal short da stand Checkpoint 1 Checkpoint stand da nicht irgendwie das wir was lesen sollen nö ok wir sind jetzt in den Raum ähm when you feel reset ah wir sollen zu Macleys Haus gehen im Süden der Stadt toll wo ist Macleys Haus und was ist Süden? gute Frage ich würde mal sagen das ist Süden und Nummer 10 nein wenn da oben im Westen ist nee gucken wir mal ob wir irgendwas Haus Macleys Haus finden Macleys Haus nein Haus auf Macleys aber wenn das Nord ist dann ist das hier Süden ja oder? das das ist Macleys Haus ich habe es gefunden Macleys Haus